Ja, wir als Familie hatten nur ein Fahrrad und wenn wir zu zweit Fahrrad fahren wollten, dann musste man sich ein Fahrrad leiden. Und unser Großvater, der zwei Minuten weiter weg gewohnt hat, der hat sein Fahrrad als Heiligtum gehabt. Das war sein Flitzebe, wie er gesagt hat. In der Inflation hat er viel Geld verloren und dadurch ist nur dieses Fahrrad übrig geblieben. Da sagt er, das Fahrrad ist mehr wert wie ein Einfamilienhaus. Pass bloß auf das Fahrrad auf und bring mir mein Flitzebe wieder heim.